Hallöchen, 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 willkommen zurück zu Da muss ich schlucken, weil es so schlimm ist The Walking Dead Episode 3 Staffel 2 In Harmsway Ich hab schon wieder vergessen, wie das übersetzt wurde Irgendwas mit Schleichen Betrachte Verschlusspunkt Oh Ich wollte mich doch noch umgucken Verdammt All right, go the fuck to sleep I'm shooting the first one of y'all I see wandering around before sun up Troy, where's Alvin? Everybody get to bed Weißt du, richtig, also NPD, AfD Wehleistert Some of these folks ain't too keen on leaving It's up to us to figure out a way out of here You up for it? Ja, mittlerweile ja Ich versuch's I'll try You'll do just fine Now get some sleep We'll need it Mittlerweile bin ich voll auf Kennys Seite Obwohl der ja in dem Transportwagen noch ein bisschen assi drauf war Aber mittlerweile bin ich voll auf seiner Seite Au Spacken, ey Tritt mich nicht Ja Oh, seine Ansprache Oh Unser Gott Carver Bill Carver Beten wir ihn alle an Dreh ich mich auf bei so einem Regime, ey Tritt der mal an Decreest walker activity along the fence Some of you are members who went astray Ich muss die Ansprache uns auf Gottes hören Ich muss die Ansprache uns auf Gottes hören S-I'm sorry, Sir No, no Ben ain't gonna cut it I can't have this kind of behavior on day one of your reform You discipline her now, Carlos How do you propose that I One good smack across the mouth should do it It'll make her think twice before opening it up again Go on, we'll wait Was ist er denn für ein Riesenarsch I'm not sure with my hand that I can Well, that's why you got two hands, Carlos Come on Not some namby-pamby thing, alright A good hard smack Otherwise Troy here will do it for you I don't think you want that He can be Overzealous Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her Then yeah Sie ist bereits verängstigt Go on, Carlos It's my fault Hey, no one's fucking talking to you Unless you want one of what she's about to get I'd pipe down, Missy I'm sorry, Dad I'm sorry Close your eyes, honey It's only going to sting for a second Do it I'm sorry, Sarah Stop You're not calling that girl anymore Better sit there Think about what she's done Try get Carlos to his post Everyone else should have their assignments It's time to get to work God damn Boah, was ist das für ein Riesenspast hier einfach Halt's Maul, Schlampe What the fuck Clementine Hä, woher weiß sie unseren Namen Hör mal, nicht mit ihr gesprochen Go on inside Bonnie is waiting Ach, Bonnie auch noch Von einer Schlampe zur nächsten Hey, I guess you're starting your day with me Ah, geil Halt's Maul Deine Schuld, du Schlampe Ja Du bist Halt's Maul Halt's Maul Du meinst, das Gefängnis Viel besser Clem, lass dich nicht von der einwickeln No When Luke and Carlos and all them left I was planning on leaving too When Luke approached me about it I thought he was crazy But you attacked them instead? Hey, I didn't attack anyone Bill did all that I didn't want I wasn't expecting any of that to happen I just wanted everyone to be safe Out there ain't exactly all flowers and rainbows und ob an wie es kaputt ist kaputt fett und schützt. Ich habe das nicht gewohnt. Ich dachte, das würde jemanden ein bisschen stressieren. Ich bin nicht zufrieden, was er hat. Das war... Ich bin von ihm alive. Das ist nur ein Fakt. Er hat Walter gebetet. Nur um seine eigenen Leute zu schützen. Kenny könnte uns alle gebetet haben. Aber er hat nicht. Bill überreaktete. Er war in der Zeit, und er überreaktete. Luke hatte Ideen über wie Dinge gehen sollten, aber sie waren nicht mit dem, was Bill dachte. Sie sahen die Hände. Dann Rebekah begann, und das machte Dinge nur schlimmer. Vielleicht war Luke richtig über ihn. Ich wünschte, dass er bei uns ist, aber ich hoffe, dass er sicher ist. Hey, Bonnie. Ist die Frau da da? Ich muss sie kommen. Ja, sie ist hier. Okay, ich bin gleich. Wer war das? Ich bin sicher, dass es gut ist. Oh, ich habe fast vergessen. Ich nehme das für dich. Ich will nichts von dir. Kann ich das ablehnen? Ich möchte das bitte ablehnen. Huh? Was denkst du? Sieht scheiße aus. Ich fand es in der Lodge, wo ihr alle waren. Ich denke, es könnte für Schäden sein. Es ist irgendwie hässlich. Wirklich? Ich dachte, es war ein bisschen süß. Das ist kein Fakten-Show. Es wird dich warm halten. Du siehst besser. Ich denke, es sind einige Leute, die von diesem coolen Jacket sind. Oh, da bist du. Was ist mit dem übrigen Jacket? Tavia? Nein, egal. Ich sehe dich später, Clementine. Komm schon. Die kann ich ja leiden wie ein Pickel am Arsch. Eigentlich kann ich die alle so leiden. Wie eine ganze Horde dicker weißer Pickel am Arsch. Komm schon. Bleib hier für einen Moment. Ich werde auf die Radio runter finden und herausfinden, was du machst. Nicht nichts bemerken. Hey. Ich bin doch nichts. Dann unterhalte ich mich mit ihr. Mit so einer Umarmung. Du willst einen Hügel? Okay. Ich werde dir einen später noch verdienen. Du kannst nicht wissen, was kommt, aber ich könnte dich auf dich und es nicht erwartet. Mein Vater hat mich niemals gefangen. Selbst wenn ich wirklich schlecht war. Er wollte es nicht, Sarah. Carver hat ihn gemacht. Er ist der schlechte Typ. Nicht dein Vater. Also, in einer wunderschöne Weise, Carver ist derjenige, nicht dein Vater. Ich glaube so. Carver hat mich super schwer. Weil es immer so leiden wie verrückt. Ja. Es sieht so aus. Oh, danke. Für mich zu helfen. Ich weiß nicht, warum die Leute so leiden müssen. Wie, selbst wenn ich wirklich verrückt bin, ich noch nicht will jemanden. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich verstehe. Reggie ist in charge hier, okay? Listen zu ihm. Ja. Ja, kein Problem, Tavia. Okay, wir müssen einen guten Job machen, Leute. Die Campen ist auf uns. Komm, ich zeige dir was. Es ist super einfach. Ich verstehe diese Geräte. Was ist das so mini-gain? Ah, das glaube ich dir. Ja, besser ist das. Komischer Typ, ey. Hey, Sarah. Die Arme, ey, die Arme. Wir helfen, wir helfen ihr, natürlich. Natürlich helfen wir, Sarah. Der hat's verdient. Das ist nicht so schwer, Sarah. Ich weiß, ich bin nur Angst, ich werde ein Fehler machen. Es wird nicht der Ende der Welt, wenn du das tun. Just keep going. Oh, shit. Oh, no. Du hast keine Arbeit, Clem. Ja, Bell. Hey. Look, Bill, they're new, and me with my arm, it's just not the easy, I just have, I have one arm. Shut up, shut up. Shut the fuck up. You better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please, just... Sounds like you were about to give me an excuse when I asked for an explanation. It was my fault. I didn't show Sarah well enough. I guess. Nah, this ain't your fault. We talked about this, Reggie. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? I... Why don't you girls wait outside? Reggie and I have a few things to talk about. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Are you okay? My God, I'm in your struggle. Bill, no, 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 please. What the fuck? Weakness, incompetence, it puts us all at risk. And it won't be tolerated. You think about that the next time you're asked to do something. Ey, das regt mich ja so auf, ja. Long way down, ey. Boah. Sie ist immer noch hässlich. Was ist falsch? Clem, bist du okay? Reggie, Reggie ist tot. Was? Was hast du gesprochen? Carver hat ihn zuerst. Er hat ihn aus dem Rücken gebrochen. Vielleicht... Vielleicht war es nur ein Erkrank. Nee, das war kein verdammter Unfall. Das war kein verdammter Unfall. Geh das Sachen an die Leute und komm direkt zurück. Ach, mach du mal. Hey Troy, Clem's just gonna take them boys some nails. Alright. Go on. Hey! Hey, das ist nicht dein Problem. Geh das Sachen an die Mädchen. Folle sie an die Kabel. Folle sie an die Kabel. Achso, sie geht von alleine, okay. Wir möchten ein paar neue nette Menschen in eure ach so tolle Gemeinschaft, lieber Bill Carver. Lasst sie doch mal rein. Geh das, leberer. Fuck that. Let'em do this shit themselves if it's so goddamn important. Get your fucking hands off me, man. You ain't gonna force me to do this bullshit. I said get your hands off me. Or what? You gonna go tail on me? I'm trying to help you, asshole. Reggie's dead. Carver killed him. What? You sure? Who did you... Shit! Fuck! Grab something! Boing! Boing! Oh, oh, Wand! Da kannst du zwischen! Da kannst du zwischen! Yeah! Halte A! Wo ist A? Da ist A! Oh, oh! Oh, oh! Ja, perfekt, Clem, perfekt. Du bist doch... Du bist und bleibst die Beste. Nimm den Hammer, nimm den Hammer. Nimm den Hammer. Kriegst du den hoch? Na gut, so geht's auch. Da liegt ein Schraubendreher. Ich hab'n Schraubendreher gesehen. Da! Das ist die Scheiße mit so Einmalwerkzeugen. Halt mal die Fresse, ey! Boah, ich würd' denen so geil einen runterhauen. Okay, genug Muschig-Shit. Du kommst rein, jetzt rein. Ich bin sicher, dass sie da was für dich tun haben. Jetzt! Du denkst, ich bin hier rein? Jetzt muss ich hier sitzen und babysitzen, diese Scheiße. Du kannst nicht einen einfachen Patsch-Job machen, ohne mich hier die Schraubendreher zu schrauben. Alter! Ich hab' noch nie in meinem Leben irgendjemanden geschlagen, aber dem möcht' ich so eine reinhauen. Einfach nur... Einfach nur mitten... Meine Fresse, ey! Waaah! Wtf? Wtf? Luke! 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 Das ist schon besser, oder? Das ist schon besser. Er sagt er, dass es uns überrascht wird. Ja, ich habe gehört, die Leute zu sprechen, aber das ist nicht so. Okay, es wird hierher kommen. Ich weiß, es ist. Ich weiß nicht, wann, aber es wird kommen und es wird bald sein. Ich habe mich auf die Plätze, um dich frei zu holen, aber ich habe noch nicht zu finden, was ich noch nicht zu finden. Du fühlst dich gut? Nein, ich meine, ja, ja, sorry. Ich könnte nur ein bisschen schlafen, you know? Es ist schwer, wenn du denkst, dass ein Lurker sich um dich auf einen Moment zu bekommen. Aber ja, ja, ich bin gut. Okay, nicht mehr über mich. Es scheint gefährlich. Also, die Situation ist gefährlich, aber wir sind jetzt in der Zeit. Das ist das, was wir haben. Wir haben einfach nur ein Plan. Wir haben eine Art, um dich zu holen und alle zu holen. Luke! Oh, sorry, sorry, shit. Okay, Troy nicht gonna like you being late. Listen, Clem, I need you to meet me here tomorrow about this time, because I need you to get me one of those radios, okay? Do you think you can do that? Just one of those walkie-talkies. I just need to be able to tell y'all what's going on with them guards. You know, I'll figure out the schedule the patrols are on. I mean, they're all over the place, but I can keep an eye on them for y'all from out here. Look, we ain't gonna be able to shoot our way out of here, so we gotta be careful. Okay, I'll get you one. Okay, da gehen wir raus, aber erst in der nächsten Folge. Luke ist wieder da. Ach, da freue ich mich. Aber das ist ja mal eine schöne Entwicklung. Das freut mich ja doch wirklich sehr. Und dann gehen wir in der nächsten Folge mal raus und schauen mal, was da draußen so los ist. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum nächsten Mal bei The Walking Dead Staffel 2, Episode 3. Tschüsschen!